Mit Experten, Insidern und der Redaktion kleiden wir uns heute meisterlich mit Infos ein. Leute, zieht euch mal bitte rein, wie geil ist dieses Meister-Batch hier? Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und wo Leverkusener am Ende der Saison landet, das verrate ich euch in der Meister-Analyse. Let's a go! Ja, ich habe mir hier schon das Meister-Dress besorgt, natürlich mit Big Eddie hinten drauf. Wir gehen das nochmal durch, die letzte Saison, das war eine absolute Traum-Saison für Leverkusen. Ungeschlagener Meister, das gab es noch nie in der Bundesliga. Veredelt mit dem DFB-Pokalsieg und dann auch noch Finaleinzug Europa League, also fast das Triple festgemacht. Aber hier haben sie dann noch den Kürzeren gezogen. Wisst ihr alle, ich muss es aber sagen, weil es natürlich so meisterlich war. Und meisterlich waren auch die Statistiken, da gehen wir auch mal kurz rein, 2,01 XG. Das waren die meisten erwarteten Tore in der Bundesliga in der letzten Saison. Warum der hohe XG? Das hatte mehrere Variablen, die ich euch gerne einmal kurz skizziere. Wir hatten einmal diese starke Dreier-Kombo, gerade in der Hinrunde durch Werz-Hofmann und Bonnie-Face. Die waren gerade in der Chancen-Kreation zusammen sehr kreativ, sehr dynamisch. Und auch das 1-zu-1 von Bonnie-Face, der ja auch so ein progressiver Büffel-Bruder ist, der sich den Ball einfach nimmt und dann auch durchmarschiert. Auch das war eine ganz starke Komponente. Darüber hinaus auch noch die Schüsse. Der hat auch noch geschossen wie ein Wahnsinniger. Acht Schüsse im Schnitt bis zur Winterpause. Und Harry Kane hatte 70% dessen einfach, seht ihr daran, was für eine Ball-Dominanz und Ball-Shot-Creation er damit ausstrahlte. System muss ich auch hier anbringen. 3-4-2-1 war es. Und die Außenverteidiger, auch die sind ganz weit nach vorne gezogen. Und so hatte man dann auch immer ganz viel Spielkontrolle. Spielkontrolle und Grimaldo war dann immer freigespielt wie so ein Handballer über links und konnte dann einfach da auch super werbeln. Analog dazu auch die rechte Seite. Haben sich einfach super in den XG-Wert eingespielt. Dann natürlich noch der Freund-Nachspielzeit, den bringe ich auch noch ganz kurz. 32 Tore, der insgesamt 136, wettbewerbsübergreifend, fielen ab der 80. Minute. Und davon dann nochmal 14 in der Nachspielzeit. Also auch die Nachspielzeit war ein Freund und ich sage dann nur, see you later, Kusen. Wenigsten Tore zugelassen. Auch das war ein Indikator für diese starke, ungeschlagene Invincible Season. 1,02 XG against. Ja, also die Gegner sind eigentlich schon vor dem Spiel mit ganz wenig Prozentzahl auf Torerfolg in die Spiele reingegangen. Hier ist natürlich auch nochmal die pure Ball-Dominanz zu nennen von Bayer Leverkusen. 58 Prozent im Schnitt. Das ist Liga-Zweitbesterwert hinter den Bayern. Die hatten noch ein Prozentchen mehr. Und ja, zeigt auch nochmal diese absolute Spielkontrolle. Dann natürlich auch zu nennen das Mittelfeldzentrum. Ganz meisterlich mit Chaka natürlich als Taktgeber. Und dann hattest du Palacios und Andrich. Ja, diesen argentinischen Kettenhund. Und dann noch den Pitbull an deiner Seite, die dann auch immer den Ball abgejagt haben. Und auch noch, was den Wert davor nochmal bergt, die natürlich sich dann auch offensiv noch eingeschaltet haben. Pala habe ich da im Blick auch nochmal hier. Leitor gegen Augsburg, aber auch Andrich immer mal mit einem schicken Fernschuss am Stark. King Rob auf jeden Fall dadurch in Erscheinung getreten. Und was brachte diese Mittelfelddominanz exakt? Dadurch, dass man im zweiten Drittel einfach so kompakt stand, konnte man dann sich aussuchen, wo man den Pass dann reinspielte. Und zwar ins letzte Drittel. Da hatte man mit knapp 1.800, das waren 1.790, knapp 200 mehr als der Zweitplatzierte. Das war der FC Bayern. Und hier auch Schlüsselspieler zu nennen. Chaka als Taktgeber, als Schlüsselspieler. Der dann immer auch die linienbrechenden Pässe gesucht hat. Und die hat er gesucht auf. Auf Florian Wirz meistens. Florian Wirz hat da die meisten linienbrechenden Pässe abbekommen. 5,9 waren das im Schnitt, wenn er einen 2-Meter-Raum um sich herum hatte. Und das war nicht nur in der Bundesliga ein absoluter Top-Wert, sondern auch innerhalb der Top-5-Ligen. Da gab es nur noch einen anderen Spieler, der auch über 5 Pässe da im Schnitt verzeichnete. Also pure Dominanz. Und Wirz ist hier auf jeden Fall zu nennen als diese dynamische Achse, die sich da auch immer super eingeschaltet hat und sehr gut in den Raum gebracht hat. Und dann halt für die nächste gefährliche Aktion via Dribbling, Pass oder Chip dann gesorgt hat. Also hier war das ein erfolgsversprechendes Mittel. Dann haben wir auch noch dadurch, dass man auch so stark, also das Mittelfeld ist wirklich dieses Prunkstück. Das sehen wir nachher auch nochmal in der Traineranalyse. Also wenigstens Pässe auch noch ins eigene Drittel zugelassen. Was war hier noch stark? Das Positionsspiel. Die Außenverteidiger wussten immer genau, was sie zu tun hatten. Selbst der linke IV und der rechte IV, die sind nach vorne gerückt und waren dann so ein dritter Achter, bisschen verkappt. Und haben dann auch immer ganz gut im Pressing dann den Ball abgejagt. Also wichtig da im Gegenpressing und ein enges Netz aufzubauen, dass der Gegner gar nicht so viele Anspielstationen hatte. Und ja, also dieses Positionsspiel ist einfach dann noch höher zu stellen als das aggressive Anlaufen, was es natürlich Leverkusen auch mitgebracht hatte. Und jede Komponente aus diesen Stats, die ist eigentlich schon Wahnsinn. Aber das alles zu vernetzen und dass es alles ineinander greift. Und dadurch hat man diese Invincible Season geschafft und der Fußball war einfach super schön anzuschauen. Und was auch super schön anzuschauen ist, das ist die Kaderanalyse. Teil 2 Kaderanalyse. Der Kader wurde so zusammengehalten bis jetzt, muss man sagen, und punktuell sogar noch verstärkt. Und deswegen könnte diese Bayer-Dominanz, die war zu krass, als dass wir hier von einem One-Hit-Wonder ausgehen. Und wir gehen direkt mal rein, was haben sie denn auf dem Transfermarkt so getrieben. Wir haben einmal Terrier, 20 Millionen, kommt hier von Startrennen, ist auch schon 27 und reiht sich so in diese ähnliche Riege ein. Das, was Simon Rolfes letztes Jahr schon aufgebaut hat, mit der Installation von Hofmann, von Chaka und von Grimaldo, die ja auch in ihrem besten Fußballeralter jetzt nochmal gewechselt sind. Ja, er bringt auf jeden Fall einen guten Torinstinkt mit, habe ich mir angeschaut. Und auch einen coolen Torjubel, schickt er den ein oder anderen Darts-Pfeil durch die Luft. Vielleicht schickt er auch den ein oder anderen Ball ins Tor des Gegners. Wir haben Alex Garcia, 18 Millionen, er kommt vom Überraschungs-3. FC Gijona und war da ja Dreh- und Angelpunkt, eine absolute Passmaschine im Spiel der Spanier und hat aber mehr Torgefahr ausgestrahlt. Sechs Vorlagen und auch neun herausgespielte Großchancen. Also da bringt er nochmal ein anderes Mittel mit. Er ist auch ein Spieler gegen stark pressende Spieler. Er hat da eine gute Ballbehauptung unter Druck, das hat er sehr gut schon gezeigt. Und ist auch beim Rausrücken auf den Flügel, wenn da ein Gegner ins Tripling ansetzt. Auch da hat er eine ganz gute Konterabsicherung und ist dann sehr zweikampfstarker Spieler. Defensiv ähnlich stark wie Grani Chaka und bei ihm kommt noch das Flankenspiel on top. Das ist auch sehr, sehr stark, haben wir schon in den Testspielen gesehen. Hat hier auch schon den ein oder anderen Standard getreten oder die eine oder andere Ecke. Auch das könnte noch, ist ein gutes Element in seinem Spiel und könnte hier noch zum Tragen kommen. Wir sehen ihn sogar so stark, dass er sogar mal Chaka eine Verschnaufpause gönnen könnte und dann ihn auch einfach 1 zu 1 ersetzt. Dann haben wir hier noch Bilossian, das ist ein ganz spannendes Talent, 15 Millionen gekommen. Den gleich mal mehr im Talentschuppen beleuchtet. Und ja, dann gehen wir mal auf die Abgangsseite und einige sagen Tau ziehen. Ich würde sagen ein Tau ziehen, ist es aktuell. Er könnte noch den Klub verlassen, Jonathan Tau. Aber die Meldung, die wird ja hier stündlich aktualisiert. Also wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, ist der vielleicht sogar schon gewechselt. Wir müssen es einmal nochmal festhalten. Also, Tau wollte letztes Jahr schon wechseln. Das ist sein großer Wunsch. Auch in diesem Jahr hat er den geäußert. FC Bayern ist hier dran. FC Bayern hat auch schon Platz gemacht. Delecht und Masraoui sind schon auf die Insel gewechselt zu Manchester United. Also, hier könnte sich wirklich immer noch ein Wechsel anbahnen. Auch wenn hier mal die Meldung anders lautet. Die ist immer noch nicht vom Tisch. Und ich habe mir nochmal gestern von unserem Datenanalyst Hubi, der mir hier auch super die Infos auch zugespielt hat, nochmal unterhalten. Tau, wenn der geht, ist schon ein Downgrade. Weil der einfach so ein super Positionsspiel hat. Gerade wenn der da dicht am Gegner steht. Sehr engmaschig. Auch seine langen Beine, die er da zum Einsatz bringt. Dann hat er seinen Speed, den er natürlich immer aufs Feld brennt. Das ist schon natürlich dann ein Downgrade. Wir haben direkt mal ausgemacht, 1 zu 1 Ersatz wäre Rob Andrich. Aber es muss noch jemand kommen. Und da ist auch schon einer in den Startlöchern immer mal schon mit Wechselgerüchten als Ersatzkandidat potenziell angeklungen. Joel Martip. Ja, der könnte dann wirklich kommen von der Insel. FC Liverpool hatte sich da auch festgespielt in die Stammverteidigung. Er könnte dann der Ersatz werden. Hier müsste auf jeden Fall noch jemand kommen, denn Tau ziehen lassen. Das wäre dann nicht das Mittel. Frimpong. Auch bei ihm gab es immer mal Gerüchte. Real Madrid sei dran gewesen. Er wird wohl bleiben. Auch gemäß unserer Meldung. Aktuell von uns. Hincapi soll auch bleiben. Das sind hier auch unsere aktuellen Meldungen. Checkt da immer gerne mal unsere Seite. Und Kosunu. Da haben wir auch nochmal einen Artikel released. Der könnte nach gestrigem Stand noch wechseln. Premier League Clubs sind hier dran. Bis zum Deadline Day wird hier wohl gebuult. Am heißesten ist es wohl Crystal Palace. Die können das Rennen machen. Ablöse von 30 Millionen steht im Raum. 35 Millionen Marktwert aktuell. Ja, wird ganz spannend zu sehen sein, wer ihn hier bekommt. Er ist aktuell aber hinten dran. Dazu auch noch mehr in der Top 11. Ebenfalls ein Abgangskandidat Adam Ložek. Der 22-jährige Tscheche. Auch er könnte noch den Klub verlassen. 12 Millionen Marktwert. Und hier ist Leicester City dran. Ja, 17 bis 18 Millionen Ablöse stehen im Raum. Er hat sogar noch optional eine Leihe mit Leihegebühr. 3 bis 4 Millionen da im Gespräch. Stani Sitsch. Leihende. Er kehrt zurück zu den Münchner Bayern. Ja, er war ein wichtiger Faktor auch für die Invincible Season. Wir erinnern uns gerne an sein Lateline-Tor gegen Dortmund. Da waren sie ins Kopfballsteig. Da irgendwie drei Etagen höher als alle anderen Dortmunder zusammen. Auch super Spiele gemacht. War auch ein Garant. Hat auch da bei der Wachablöse, so war es für mich, im Spiel gegen die Bayern ja sogar getroffen. Da das wichtige 1 zu 0 geknipst. Und war generell ein ganz wichtiger Faktor in dieser Invincible Season. Auch immer mit späten Toren dabei. Auch gegen Bochum hat er getroffen. Und darüber hinaus ist da noch Asmund gegangen. Der hat aber irgendwie nicht so richtig sein Spiel bei Leverkusen angebracht. Und deswegen ist er dann nochmal für 5 Millionen geht es für ihn in die Wüste. Und damit kommen wir zum Talentschuppen. Und wir gehen mal rein mit Jean-Noël Belussien im Talentschuppen. Er ist 19. Ganz spannender Neuzugang hier. Der Leverkusener kommt von Startrennen. Die waren 10. letztes Jahr in der Liga. Und er ist Linksfuß. Also er kann den linken IV abgeben. Auch den linken Außenverteidiger ist da sehr variabel. Er verfügt über eine sehr gute Erfolgsquote bei langen Pässen. Hat mir Hubi hier reingeschickt. 60 Prozent da. Und wenn wir mal Tar anbringen. Er war der Beste in diesem Segment. Auch mit 60 Prozent. Also der hat da schon mal einen ganz guten Ball gespielt. Müssen natürlich sagen, das sind hier Liga-Werte, die wir hier natürlich anbringen. Zweikämpfe ebenfalls sehr, sehr stark. Da war er mit über 70 Prozent Bodenzweikämpfe. Hat er da angebracht. Auch das ein super, super Wert. Also könnte hier wirklich ein richtig, richtig guter Zweikämpfer werden. Gerade auch in der Konterabsicherung. Ein richtig, richtig guter Mann. Da bin ich ganz gespannt auf sein 1 gegen 1 in der Bundesliga. Und hat eine sehr faire Spielweise. Auch das kommt ihm zugute. 23 Spiele ohne gelbe Karte hier ausgekommen. Letzte Saison in der Liga. Und ja, Hubi ist wie gesagt ins Schwärm geraten. Ich dann natürlich auch. Und wir sehen hier ein extremes Entwicklungspotenzial. Ja, das wird ein ganz spannender Spieler. Henkapje soll wohl bleiben. Wenn der noch wechselt, könnte hier Beloncia auch wirklich Richtung Start. Er ist schon ein ganz, ganz spannender Mann werden. Auch generell, wenn er mal den Spieler entlasten soll. Also wenn Henkapje mal eine Verschnauspause. Oder ist ja auch manchmal ein bisschen hitziger in der Spielweise. Mal eine fünfte Gelbe hat. Beloncia ist hier bereit. Ložek haben wir ja schon genannt. Der wäre natürlich auch ein netter Mann hier. Für den Talentschuppen. Der soll wohl gehen. Wir haben hier nochmal Arthur. Und der hat eine wirklich starke Vorbereitung jetzt gespielt. War kurz verletzt. Entwarnung. Und hat jetzt auch im letzten Testspiel gegen Real Bettys gespielt. Und auch wirklich hier geglänzt. Uns gefällt hier besonders sein Defensivverhalten. Sein defensiv orientiertes Spiel. Das empfinden wir hier ganz stark. Wurde auch gelobt von Schabi und Rolfes. Also ein sehr flexibler Spieler. Kann auch auf die Links-AV-Seite wechseln. Auch hier ein sehr variabler Spieler. Und generell ist hier die VA-Gruppe sehr am schweren. Ich grüße auch nochmal den Dulsberg. Der hat dem ja letzte Saison auch schon, ja, hat dem ja auch immer da schon ans Herz gelegt. Hat auch gesagt, das wird der Breakout-Spieler im nächsten Jahr. Also habt den immer mal im Blick. Und wenn ihr ein bisschen Kohle-Money überhaupt in Manager spielen, einfach mal wegsnacken. Ist glaube ich aktuell so bei 6 Millionen. Müsst ihr liegen bei Kick-Base. Könnte ein ganz, ganz großer Roh-Diamant hier sein. In der Saison. Und was mir Hubi auch noch gesteckt hat. Frimpong und Teller. Die sind ja eher offensiv. Vielleicht gegen stärkere Gegner, kompakt und defensiv sehr gut spielen will. Weil er hat hier auch einen sehr guten Defensivpass. Und ein sehr gutes Defensivverhalten, wie wir es beschrieben haben. Dass man Frimpong dann eher mit Spritzigkeit und Teller dann nochmal irgendwie im Verlauf des Spiels bringt. Also gerade gegen starke Gegner, wenn man auf Defensive setzt, ist A-Tür hier zu nennen. Und kann hier wirklich ein ganz gutes Mittel werden. Und ein gutes Mittel, das hat er immer gefunden. Und den schauen wir uns an, den Mann Lehrmeister from Spain. Xabi Alonso, let's start go. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Wir kommen zum vielleicht besten Trainer der Welt. Da waren ja die Top-Clubs, standen ja Reihe und wollten den alle loseisen. Aber er hat sich klar bekannt, klare Kante zu Bayer Leverkusen und könnte jetzt hier wirklich eine Legacy aufbauen. Er kommt mit seiner Zauberformation aus dem letzten Jahr. Das war das 3-4-2-1. Das hatten wir auch schon im Rückblick angebracht. Offensiv dann sogar als 2-3-5. Dann hattest du Big Eddie und Jona dann als Absicherung. Und dann halt vorne alles durchgewirbelt. Defensiv ganz kompakt gestanden. Mit dem 5-4-1, da stand man immer sehr gut. Und die Erfolgsmittel waren Ballbesitz, Spielkontrolle und cleveres Positionsspiel. Das haben wir auf jeden Fall ausgemacht. Und dadurch hatte man halt auch eine super Dynamik im Spiel. Leverkusen, wenn man sich die Spiele auch angeschaut hat, immer sehr geduldig auch gewesen. Also auch da auf die Lücke gewartet und dann immer eiskalt zugestochen. Das war so ein Garant. Und im Laufe der Saison ist man auch mal von diesem 3-4-2-1 abgewichen und ist dann auf ein 3-4-1-2 umgeswitcht. Das haben wir intern aber auch als eher schwierig bewertet. War dann doch eher die B-Lösung. Hier könnte tatsächlich aber auch Terry, weil er Mittelstürmer auch gespielt hat, bei Starrennen, könnte er auch den zweiten Mittelstürmer abgeben. Und dann wird es hinter den Spitzen. Das aber auch nur ein entferntes Gedankenspiel. Er soll schon eher mit zwei Halbspitzen kommen und dann vorne zu der Bonnyface werbeln. Zur neuen Saison ist da gerade Bonnyface auch ein ganz wichtiger Mann. Denn ihm hat eventuell, er war ja dann auch verletzt Ende letzter Saison und hatte dann irgendwie auch nicht mehr diese Frische. Und Rolfes hat bestätigt, wir erwarten einen fitten, ganz frischen Viktor-Bonnyface. Und dementsprechend sollte 3-4-2-1 auch wieder 100% gespielt werden. Wir haben ein harmonisches Zusammenspiel, das habe ich mal mitgebracht. Diese totale Eingespieltheit, das hat Xabi Alon so ganz clever gemacht, hat vorgesorgt. Denn in der letzten Saison, gerade nach der Halbserie, waren viele Spieler auch international unterwegs. Wir haben da auch den Afrika Cup im Sinn. Und die Spieler wurden halt super ausgebildet. Auch Palla war dann weg und Rob Andrich kam dann rein. Palla natürlich dann auch verletzt. Und Andrich dann auch wirklich seinen Durchbruch geschafft. Also einfach die Spieler aus der zweiten Reihe wurden perfekt quasi etabliert in die A-11. Und dann war auch kein Qualitätsverlust marginal vielleicht zu erkennen. Ja, das war einfach super clever vorgesorgt hier von Alonso. Und Andrich hat dann sogar noch Durchbruch mit Nazio und Startelf bei der EM. Herzstück ist auf jeden Fall das Mittelfeld. Da hat Xabi Alonso natürlich auch selber die Mittelfelderfahrung, die er mitbringt. Und daher natürlich auch auf einem Weltklasse-Niveau. Und ja, gerade auch mit Palacios sprechen natürlich auch eine Sprache. Ja, hat da wirklich eine super Ausbildung, die er hier an den Tag legt. Super Erfahrungswerte, die er den Spielern mitbringt. Und einfach jetzt mit Xhaka, Palla, Rob Andrich und auch Neuspieler Garcia kann er hier wirklich das beste Zentrum der Liga kreieren. Wir gucken uns mal den Testspiel-Check an. Da haben wir auch unsere Augen drauf geworfen. Und ja, da war es auch mal ein 4-2-4 oder auch mal ein 4-4-2. Also hier wurden auch mal neue Formationen ausprobiert. Die liefen aber nicht so super. Daher gehen wir hier weiterhin aus von dem 3-4-2-1. Das auch gleich nochmal in der Top-11. Alex Garcia ist als Gewinner hier auf jeden Fall schon mal zu nennen. Auch gerade jetzt, wir sehen ihn hier auch im Bild. Palla ist erstmal raus mit der Verletzung. Dazu gleich auch nochmal kurz mehr. Und gegen Real Bettis. Da haben wir auch nochmal zwei Gewinner. Das ist Armin Adli. Selbst wenn er nur 15 Minuten gesehen hat, der gefiel uns hier super. Mit Spielwitz, Kreativität und Dynamik hat er in 15 Minuten mehr für Aufsehen gesorgt als Hofmann. Deswegen könnte hier wirklich eine Wachablösung stattfinden. Arthur haben wir auch noch zu nennen. Der hat sich auch super gemacht. Gerade gegen Real Bettis. Wir haben sein Defensivspiel als Komponente genannt. Und er hat hier wirklich überzeugt und könnte ein zunehmender Konkurrent für Frimpong und Teller. Im Lauf der Saison gerade gegen so offensive Teams könnte er doch immer mal reinrücken. Und wir sehen hier wirklich ganz viel Entwicklungspotenzial. Gerade auch wenn Teller und Frimpong vielleicht sogar rechtsoffensives Mittelfeld spielen könnten. Dass er dann über die rechte Schiene oder vielleicht auch links mal Grimaldo entlastet. Belossian haben wir auch ausgemacht. Auch im Test gegen Real Bettis. Auch da super geglänzt. Auch er könnte ein ernstzunehmender Konkurrent werden für Hincarpie. Wenn der mal rausrückt oder wenn der auch mal leistungstechnisch nicht überzeugt. Auch hier steht Belossian bereit und könnte ihn wirklich auch verdrängen. Und Pallar, Ausfall hatten wir genannt. Der unterzieht sich jetzt einer Operation in Meniskus. Und wir erwarten ihn frühestens zurück am dritten Spieltag. Und wie schon am ersten Spieltag gespielt werden könnte, das seht ihr jetzt in der Top 11. Teil 4, Top 11. Okay, let's go. Und gestern haben wir von Top 11 auf VA scharf gestellt auf unserer Seite. Also checkt da mal gerne in die VAs rein. Die sind jetzt schon ausgelegt auf Spieltag 1. Ganz, ganz heiß. Könnt ihr euch teamübergreifend gerne mal reinziehen. Das macht sehr viel Spaß. Da lag ich gestern auch wieder den ganzen Tag und habe mir die alle reingezogen. Also bei Bayer Leverkusen sieht es aktuell so aus. Radecki hinten ist gesichert, 100%. Kovar könnte immer mal reinschneiden, auch einen Bulli-Einsatz bekommen. Da sind wir uns nicht sicher, wer da in der Champions League spielt. Im Pokal könnte Kovar auch wieder spielen. Letzte Saison war es ja auch mal so ein Gedankenspiel von Xabi. Da hat ja Kovar auch im Pokalwettbewerb auch sehr viel gespielt. Von daher, da sind die Gedankenspiele offen. Ich würde mir Radecki nicht als Keeper für die Saison einpacken. Gerade wenn dann, weil hier unsicher ist, wenn Radecki mal eine Pause braucht, dass Kovar da einfach mal den Ersatz abgibt. So, dann gehen wir mal in die Dreierkette. Hier kann ja noch ganz viel passieren. Wir haben es aktuell erst mal Top-11 und VA so. Tabsoba, rechter Innenverteidiger. Dann haben wir Jonathan Thar in Verteidigung. Und linker IV ist dann Piero Hincapie. Wie gesagt, hier könnte Thar noch gehen. Deswegen ist er 50-50. Da steht Andrich als quasi schneller Backup bereit. Und wir erwarten dann aber hier noch einen Neuzugang. Das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Denn das kann Andrich nicht die ganze Saison spielen. Dann haben wir Kosonu. Aktuell ist hinten ran. Wir müssen ihn aber nennen, denn er war nominell auch der rechte IV. Könnte noch sein, dass er wechselt. Er möchte sich wahrscheinlich nicht auf die Bank setzen die ganze Saison. Von daher ist er noch eine offene Personalie. Tabsoba. Ädüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Dann geht Kosonu auf rechts und Tabsobar ist da nämlich polyvalent. Er kann den variablen Part spielen. Er geht dann rüber auf die linke IV-Position. Belucia, wie gesagt, könnte aber auch reindrücken. Dann wäre das hier ein 1-zu-1-Tausch. Belucia dann über linker IV für Hincapié und Tabsobar Big Eddie auf der rechts IV-Posi. Wir gehen auf die rechte Schiene und zwar mit Frimpong. Wir sehen ihn aktuell über Teller und über Arthur. Frimpong aufgrund seiner starken letzten Saison hat er da schon mal seine Handschrift abgegeben. Er ist auf jeden Fall der Mann jetzt erstmal für die rechte Seite. Auch gerade wenn er bleibt, wird er sich da nicht auf die Bank setzen. Wir sehen ihn aktuell mit 60% vorne. Arthur könnte aber auch reinrücken, gerade gegen offensiv pressende Teams, gegen sehr starke Teams. Er wäre hier eine gute Defensivoption, haben wir mit 20% und Teller aktuell mit 20%. Das ist auch ein offenes Battle, wer Frimpong hier den Backup quasi stellt. Im Zentrum ist Chaka gesetzt, 100%. Top-11 haben wir aktuell Palla vorne, Palacios mit 40%. Dann Andrich 30% und Garcia auch 30%. Gerade zum Spieltag 1, das ist ein ganz offenes Battle hier. Sind wir uns auch noch nicht final, final sicher, wer da startet. Haben es aktuell auch noch für die VA mit einer Alternative drin. Andrich aktuell vor Garcia. Da ist die VA aber wirklich ganz aktiv gerade und fleißig am Spekulieren. Linke Seite, da haben wir auf jeden Fall Grimaldo. Eine Traum-Saison gespielt, letzte Saison. Wir haben ihn auch gerade sehr hoch in unserem Saison-Ranking. Er ist 100% safe. Und ja, über rechts haben wir jetzt Florian Wertz. Auch er ist gesetzt auf dem rechten Halbraum. Adli haben wir aktuell vor Hofmann und dann auch vor Terrier. Ja, zweite Zehner-Position. Er wird sie spielen. Armin Adli. Also wer sich den schon mal eingepackt hat, irgendwie früh und da spekuliert hat. Herzlichen Glückwunsch. Den sehen wir aktuell vorne. Jetzt auch gerade im letzten Testspiel gegen Real Bettys. Hat er super gewerbelt. Wir sehen Adli sehr weit vorne. Wir geben ihm hier mal 60%. Und dann Hofmann und Terrier 20% jeweils. Hofmann einfach, weil er im letzten Testspiel einfach so blass war. Bin jetzt auch gespannt auf den. Die DFB-Pokalaufstellung, wer da spielt und wie, wer spielt. Bonnie Face ist vorn natürlich gesetzt. Hier ist sein Backup natürlich schick. Lozek könnte noch gehen. Der für den ist natürlich dann kein Platz mehr. Ja, gerade Bonnie Face kommt über seinen progressiven Laufstil. Schick ist dann noch eher, das sieht man auch gut auf der Heatmap, eher in der Box zu Hause. Und Bonnie Face natürlich auch jetzt durch Rolfes. Wird ganz frisch erwartet. Fitter Eindruck. Und ja, da sind auch schon die ersten Prognosen von 30 plus Toren. Die Saison habe ich hier schon gehört. Also Bonnie Face könnte auch richtig knallen. Und was auch knallen könnte, das sind wieder die Standards. Grimaldo, der Standard-Experte aus der letzten Saison. Gegebenenfalls könnte Wirz hier auch mal einen übernehmen. Hat er auch im Testspiel schon gemacht. Außerhalb linken Position. Also wird hier ganz spannend zu sehen sein. Und Garcia, wenn er spielt, wäre da auch eine dritte Option. Grimaldo die Ecken. Hat sich aber hier auch mal mit Wirz abgewechselt. Auch Garcia hat mal auch eine getreten. Aber wir sehen hier erstmal Grimaldo up front. Und Bonnie Face wird die Elfer schießen. Wenn er auf dem Platz steht, dann wird er den Elfer schießen. Jetzt auch die Ablöse da für Palacios. Wir gehen davon aus, dass Bonnie Face den Elfmeter schießt. Teil 5. Auftaktprogramm. Wir gehen mal rein ins Auftaktprogramm. Und man hat das Eröffnungsspiel. Also ich bin generell mega heiß auf die Saison. Ich freue mich auch mega auf das erste Spiel. Und das geht dann in Gladbach los. Das sehe ich auch sehr tricky. Gerade Seohane kennt natürlich auch die Leverkusener. Und ich gehe hier aber von einem knappen Leverkusen-Sieg aus. Dann gegen Leipzig. Und das ist super tricky. Weil man hat das DFB-Pokalspiel unter der Woche da noch. Bei Carl Zeiss Jena. Also da könnten auch einige Kräfte flöten gehen. Da muss man sich wirklich fokussieren. Ich sage hier, zu Hause drei Punkte. Letzte Saison zu Hause war es auch das erste Spiel. Und da war es auch ganz knapp mit einem 3-2-Sieg. Torfestival da. Das wird ganz eng. Das könnte auch unentschieden werden. Ich gehe hier aber mal mit einem Dreier für Leverkusen. Hoffenheim auswärts. Auch hier sage ich drei Punkte. Auch das wird eng. Auch das waren 3-2 in der letzten Saison in Hoffenheim. Das könnte schon auch da für Spektakel sorgen. Die Teams kennen auf jeden Fall Leverkusen. Auch deren Schwachstellen. Dann haben wir Wolfsburg zu Hause. Auch hier sage ich drei Punkte. Und dann das Spiel. Das kann wirklich über Gut und Böse entscheiden. Das kann wirklich ein Richtweiser sein für diese ganze Season. Denn man spielt dann gegen Bayern. Man spielt in München. Und das wird ein ganz, ganz heißes Duell. Alle Bayern-Fans anschnallen. Die sind hier wahrscheinlich schon super heiß. Die fiebern eigentlich auch nur auf diesen fünften Spieltag hin. Und ich sage, hier wird auf jeden Fall ein Punkt geholt. Man verliert nicht in München. Das ist hier mein Hot Take. Und damit gehe ich weiter in die Prognose. Und wir starten rein mit den Mutmachern. Und mir macht auf jeden Fall für Leverkusen ganz viel Mut. Und das ist schon mal, dass der Kader zusammengehalten wurde. Aber der wichtigste Mann, der ist wer? Das ist Xabi Alonso. Und der wurde gehalten. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen an die Mannschaft gewesen. Und deswegen ist er auf jeden Fall schon mal für mich ein ganz wichtiger Indikator, dass das auch in der nächsten Saison sehr gut laufen wird. Wir haben hier noch die Transfers mit Auge. Ja, Garcia ist richtig stark für die Breite des Kaders. Wir haben einen spannenden Spieler mit Belosia. Auch er bringt so eine ganz junge, dynamische, spritzige Komponente mit. Da bin ich auch super gespannt auf die Entwicklung und auf die Bundesliga-Minuten, die man ihm mal einräumt. Und auch Terrier, wie der sich mal einfindet auf dem Bundesliga-Terrain. Auch da bin ich ganz gespannt, wie er sich machen wird. Und dann vielleicht der größte Mutmacher, die Invincible-Bundesliga-Season. Also, Bayer Leverkusen kann mit breiter Brust, können die in die Saison gehen, können den Leuten sagen, ey Leute, Alter, wir haben euch hier alle weggemacht. Wir machen das einfach nochmal. Also, wir spielen hier einfach nochmal Invincible durch. Wenn das natürlich übertriebener Wahnsinn. Aber die haben einfach so breite Brust. Letzte Nierlage, datiert aus dem 27. Mai 2023 in Bochum, müssen wir anbringen. Da auch 3-0 tatsächlich auf die Mütze bekommen. Bayer Leverkusen ist ganz dominant gewesen. Und sie werden auch ein ganz dominanter Player in der nächsten Saison. Da bin ich mir ganz sicher. Wir gehen mal zu den Problemzonen. Wir haben hier nochmal Tar und Kosunu. Haben wir die Fragezeichen versehen. Ja, hier ist natürlich ganz spannend. Die braucht man natürlich. Gerade für den 3-2er-Aufbau braucht hier Xabi Alonso direkt den Ersatzplan. Muss er in der Hand haben. Und wenn die beiden gehen, wie ist zum Beispiel beim Tar, wie sind da die Gespräche mit Matip? Das wissen wir nicht. Wie schnell kann der zum Team kommen? Und wie schnell kommt der auch diesen Mechanismus, dass er auch genau diesen Bayerstiefel direkt spielen kann? Wir haben Problemmüdigkeit. Das haben wir in der letzten Saison gesehen. Da war man gerade gegen Ende auch mit der Belastung, Doppelbelastung. Fehlte da Dreifachbelastung, müssen wir schon sagen. Manchmal die Frische. Ja, und viele Spieler kennen auch noch nicht dieses Champions-League-Niveau. Tatsächlich Florian Wirz, der hat noch kein einziges Champions-League-Spiel gemacht. Also das ist auch wirklich der Wahnsinn. Doppelbelastung hier auf jeden Fall oder Dreifachbelastung auch in dieser Saison. Champions-League nochmal eine andere Ebene. Und deswegen wird das hier auch wichtig sein, dass man hier fit und frisch bleibt. Ich habe das Auftaktprogramm auch nochmal mitgenommen. Gerade für mich die Key Games. Gerade unter der Woche hat man da noch ein Spiel. Dann gegen Leipzig. Game 2 wird heiß und Game 5. Das ist für mich ein Wegweiser. Das könnte hier eine richtige Problemzone werden. Wenn man das Spiel gegen Bayern verliert, kommt man dann in Straucheln. Verliert man dann eventuell auch mal ein zweites Spiel schnell. Und kommt dann diese Bayer-Dominanz und rollt irgendwie über Leverkusen rüber. Ich glaube nicht. Ich will es aber hier anbringen als Problemzone. Was ich auch anbringen will, das ist natürlich mein Club-Rating. Top 11. Da gebe ich aktuell 5 Sterne. Ich muss von dem Stand jetzt ausgehen. Stand jetzt ist Tarr beim Team. Trainiert mit. Und er ist zur aktuellen Zeit natürlich gesichert. Müssen wir aber natürlich gucken. Vielleicht ist hier nochmal ein Downgrade am Start. Aber selbst dann holen sie einen gleichwertigen Ersatz. Und deswegen sage ich hier 5 Sterne. Trainer. Vielleicht ist er der Beste der Welt. 5 Sterne. Kader ist jetzt nochmal in die Breite gegangen. Klar, wir haben den Tarr-Abgang auch in der Top 11 gerade nochmal benannt. Ich sage, die holen hier jemand gleichwertiges. Breite jetzt mit Garcia, mit Belosian. Aber selbst in Terrier ist nochmal ein Upgrade auch zum Asmund. Nun, also hier sind wirklich, auch der battelt sich da nochmal mit Schick. Hier hat man auch nochmal gute Optionen, wenn man mit einer Zweier-Doppelspitze spielen will. Und für ein, da sage ich einfach nur, Invincible, historisch, euphorisiert, 5 Sterne. Und, ja, viele haben wahrscheinlich gedacht, die bringen jetzt Bayer Leverkusen. Natürlich bringen wir den Meister dann irgendwie am Ende der Teamchecks. Nee, bringen wir nicht. Daly ausgedribbelt. Daly hat hier wieder alle ausgedribbelt. Bayer Leverkusen, do it again, guys. Schabi macht es noch einmal. Sie verteidigen die Spitze. Bayer Leverkusen wird auch 2024, 2025 deutscher Meister. So, und da wahrscheinlich die ganzen Big Boys schon vergriffen sind, greife ich hier mal geschickterweise in die versteckte Schublade. Und da hole ich raus heute Armin Adli. Den hatte ich schon bei meinen Überraschungsspielern. Checkt da mal gern rein. Und heute nochmal so mit den frischesten Infos, die ich gerade spüre und die ich gerade so fühle. Da ist er nämlich ganz nah an der Startelf dran. Da haben wir ihm jetzt mal 60 Prozent gegeben. Hubi hat mir gestern sogar noch mehr Prozent reingeflüstert. Ich habe es mal auf ein bisschen 60 Prozent reingedrosselt. Er sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall starten zum Saisonbeginn. Er könnte ein richtiger Stil werden, denn er ist gerade rangiert mit 16 Millionen Mark wert bei Kickbase. Könnte da ein richtig, richtig guter Fit werden, wenn man noch einen soliden Spieler hier braucht. Er ist flexibel einsetzbar, auch das haben wir genannt. Er kann sowohl rechts spielen, er kann links spielen, er kann sogar die Doppelspitze mit Bonny face spielen. Auch das kommt ihm richtig gut zugute hier. Und er hat Vertrag bis 2026. Hier ist man auch schon dran, dass man den verlängern möchte. Auch das ist ein ganz, ganz klares Zeichen an den Spieler, dass man mit dem plant. Ja, Bayer Leverkusen macht es noch einmal. Bayer Leverkusen wird nochmal deutscher Meister. Das ist meine Prognose hier. Und weitere Teamchecks und Prognosen haben wir auch abgegeben. Checkt mal Kramaric und seine Hoffenheimer. Da bahnen sich auch schon die ersten Wechsel an mit Amel, Bella, Kocab. Ganz heiß haben wir hier drin. Und wir haben natürlich auch unsere Borussia aus Mönchengladbach. Auch die haben wir analysiert. Checkt da mal gerne rein. Und dann sag ich, wünsche euch noch einen richtig geilen Tag. Und werdet langsam heiß. Entwickelt dieses Season-Feuer. Denn jetzt geht es bald Richtung DFB-Pokal. Und ich sage erst mal... Mit jedem Tor, das wir schießen, schreibt sich Geschichte. Wir sind Bayern voller Stolz. Ohne Kompromisse. Wir haben den Weg bei jedem Schritt. Schwarz und Rot, das ist unser Hit. Nein!